bro tag auch halbes jahr schon mit prime ich küsse auf dein herz jungs vielen vielen dank man vielen vielen dank sehr sehr korrekt man ehrlich jetzt bin ich mal gespannt wer gewinnt jetzt bin ich gespannt wer fahrer über das beste fifa spiel auf eure teil kommen schwer zu sagen boah text to sorry text to sorry immer so konstant und da ist levy der wirt mit dem altstunden levy ist im strafraum so gefährlich ne achtet mal wenn der im strafraum ist wie der sich bewegt dort ist der wahnsinn warte mal jetzt hier warte mal levy warte mal wieder ne wm feiern offline event ne oh 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 levy ok wir haben ein spiel der mann ist doch wahnsinn Levy der Wirt mit dem 4 zu 0, 4 zu 0, 4 zu 0, was passiert hier, 5 zu 0, 4 zu 0, was sehe ich hier, das Ergebnis, oh oh, oh oh Levy, oh mein Gott, 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 was war das denn? Der Gegner für Ander ist Levy, es ist besser auch, aber Levy der Wirt ist 5-0 ab, also Ander braucht 5 Goals gegen Levy der Wirt, es ist sehr hart. Aha, 6-0, Levy der Wirt. Was passiert hier, also ich sag ganz ehrlich, wenn ich anders wäre, ich würde ehrlich rausgehen, das wird echt, er ist 7-0, 8-0, 8-0. Also was Levy hier anstellt, ist der Wahnsinn. 9-0, 9. Jetzt, hör mal, es wird doch hier... Das ist was Levy hier, auch Levy. Also, was Levy hier anstellt, ist der Wahnsinn. Also, was Levy hier anstellt, ist der Wahnsinn. Das ist ja auch schon. was das denn aha jetzt werden bronze spieler eingewechselt jetzt kommt der disrespekt bronze spieler levy ist doch verrückt ja der mann ist doch kompetent macht sogar die kamera jetzt mal an auf ganz trocken auch mal die kamera mitten im spiel anmachen levy ist zu krass jungs ein gg's in den chat guys put the gg's in the chat put the gg's in the chat for the great final und